Und wenn ich werfe, gehen wir schon hier hoch mit dem Schläger. Genau, und jetzt richtig den Fuß. Schläger hoch, Fuß. Nee. Ja. Hüfte, Fuß. Ja. Hüfte. Genau. Ja, gut. Probieren wir mal Cross Drive. Dann musst du dich, äh, nee, nicht Cross Drive, Cross Clear. Dann musst du dich nämlich noch viel mehr drehen. Ja? Du musst die Hüfte noch mehr Cross bewegen, sodass der Fuß quasi in die Richtung auch Cross zeigt. Ja? Also ich soll das noch, und dann so durchst du ja das. Genau. Ja? Probier mal. Und dann solltest du ganz hinten in die Ecke. Ja? Dein Gegner hat quasi Druck auf dich gemacht und du willst dich nochmal richtig weit bewegen. da hinten. Genau. So recht nicht? Ja. Ja. Schläger hoch. Zack. Ja. Ja. Okay. Genau. Richtig den Fuß rum. Ja. Ja. Ich werfe ein bisschen höher und versuchte noch mehr, den Fuß rumzukriegen. Okay. Komm schon vor. Du hast ein bisschen mehr Zeit. Oh, ja, der war echt gut. Genau, der war gut. Der war nicht so richtig. Ja. Er hat blöd geworfen, ne? Das ist ein Jahr, da. Ja. Ja. Immer die Hüfte rum. Immer die Hüfte rum. Jetzt Hüfte. Nee. Jetzt geht die Hüfte. Mehr auf den Hüfte konzentrieren. Gar nicht so oft nicht schlagen. Ja, sondern das ist in der Luft, das Bein umkriegt. Der Rest passiert automatisch. Genau. Das ist noch mehr, den Fuß zu drehen. Ja. Das ist noch mehr, den Fuß zu drehen. Das ist noch mehr, den Fuß zu drehen. Das ist noch mehr, da ist ja, da ist die Hüfte. Das ist noch mehr, da ist ja. Da ist noch mehr. Untertitelung des ZDF, 2020